Liebe Studierende, der 1. August ist für mich ein wichtiges Datum. Dann war ich zehn Jahre Rektor dieser wunderbaren Hochschule und deshalb ist es Zeit für mich, jetzt lebwohl zu sagen. Ich habe den Eindruck immer gehabt, diese Hochschule ist besonders interessant und spannend, weil wir so tolle Studierende haben. Ich pflege das auch immer allen zu erklären. Hier hatten Sie die Möglichkeit, sich zu entwickeln, Ihren Weg zu finden, Ihren Beruf zu erproben. Manche haben es ja vor mir geschafft, hier fertig zu werden. Sie müssen es jetzt noch machen. Ich habe sozusagen jetzt meine Exmatrikulation, wenn ich das so einfach sagen darf. Sie haben ja auch immer gesagt, ich sei der Exmatrikulator. Sie sehen, selbst das verändert sich. Der Exmatrikulator wird exmatrikuliert. Lassen Sie uns das gemeinsam feiern. Danke. 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 Vielen Dank.